jetzt läuft auch das video und herzlich willkommen zurück hierbei let's play minecraft together auf der ps4 mit dem extrem orgasmus de domi meiner wenigkeit captain katapult und trotz schon der fast dreißigsten folge immer noch kein fertiger schrubben also wenn du nicht weißt was du machen sollst dann kannst du auch gerne einfach versuchen rohstoffe zu farmen kohle eisen kann ja ja geh doch mal in untergrund vielleicht stirbst er ja oder so also ich meine ich bin direkt vor der haustür gestorben ich darf mich überhaupt nicht beschweren ja wobei es habe ich ja auch schon geschafft ja ja fleißig das macht uns raus deswegen so viel erde braucht kein mensch das ist falsch die kiste die hängt jetzt an der decke das brauchen wir nicht das ist der perfekte zeitpunkt sich nach draußen zu begeben was was mache ich wo also ich mache jetzt hier mal einfach eine glaskiste auf glas glas mehr glas habe ich gar nicht ich brauche das alles ach leute ich mache jetzt hier unten einfach nochmal so eine ramschkiste ich einfach alles reinhau was ich gerade nicht brauch der domi ist irgendwie anscheinend verschont er hat seinen mund vergessen irgendwo auf halber strecke ich hab dich wo was ich habe die stelle wieder gefunden welches meines meines ersten todes nach echt das weißt du noch so genau ja wo ich freudig in die lava gesprungen ach da hinten hinterm haus ja hier macht es ja er ist ja logo ist ja auch unten unten drunter im dunklen keller drunter der hobby anna gefunden ja ja nicht dass süder als fsk 18 flecken muss ja geil 1 2 4 das ist zu wenig ach ne ist creeper 1 2 3 4 5 warum habe ich hier unten im dungeon gerade einen tür sound gehabt der tür sound ja tür auf tür zu weiß ich nicht schon wieder oder kommt das von dir ne ich bin äh auf dem dach und mach sachen okay machen sachen ja und ich glaube ich baue eins zu hoch oder 1 2 3 4 5 1 2 3 3 was 2 3 4 5 was 1 2 3 ich kann es nicht sehen 3 4 5 ja doch ist zu hoch Mist es ist eh viel zu wenig es ist schon wieder zu wenig das gibt es nicht die Welt ist einfach zu wenig von zu wenig Birken Birkenstock Birken Birkenzeugs ja ich bin auch so ein Hoden äh weil ja auch ein Stack Steine reicht um zu bauen ja also da da äh da kann ich ja auch gleich kein kein Stack Steine nehmen also völlig völlig Bimberless gut gut ja und was hast du heute so gegessen was ich gegessen habe machst du irgendwie gerade so vielleicht eine Apfel Diät oder sowas ne das nicht ich habe heute ein Salami Brötchen gegessen Nougat Bits Nougat Bits sind sehr sehr geil ja ja was noch noch ein Brötchen du Dominik zu viel Weißbrot ist voll ungesund ja mag sein aber die tollen Vollkornbrötchen kann ich mir nicht leisten das ist natürlich sehr schade deshalb jetzt Spendenaufruf Spenden dass Dominik sich Vollkornbrötchen leisten kann gesunde Ernährung damit er mir auch noch ein wenig erhalten bleibt beim Minecraft Spielen für die Stamina ja braucht er dringend oh 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 Enderman und Creeper ich bring dir jetzt auch einfach Steine mit Geil ich hab nen Hund so zurück zu uns beiden es gab da ein Problem und zwar benötige ich dringend äh Eisenspitzhacken zu Kami der Creeper ist direkt vor deinem Haus explodiert oh nein ne war n Spaß der schöne Weg da ist ja noch ein Hund geil ist doch immer wieder erfreulich wenn man seinen Sinnlos Steine abhauen geil ich habe ein Trophäe erhalten ich habe eine Trophäe erhalten ich bin ein Alpha Wolf ich hab nämlich jetzt schon äh anscheinend mich mit fünf Hunden angefreundet sehr sehr geil ganz cool ja was denn das ist echt cool na schon ich sag doch gar nichts ja ja hör mal mit deinem Sarkasmus auf hier ja ernsthaft kannst mich immer mit mir freuen wenn ich schon mal einen Erfolg in meinem Leben habe nein ich ironiere so lange bis ich einen Sarkasmus habe das verstehe ich nicht ja so 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 ah ja und dann einfach das thema wechseln mhm mhm lump ich wollte gerade feststellen dass es hier unten auch nichts weiter gibt ah ok außer laber wie weit unten bist du wo ich das erste mal kläglich freck bin was wäre es ein Hund machen wir es jetzt genau katzä ja ich habe gerade eher das problem mit äh zombie ja ähm eigentlich nicht mit zombie äh mit mit einem Hund weil der möchte nirft die wollte hier schon wieder so in angriff stellung gehen aha auf die hosenbeine oder was ja genau da ist der richtige platz ich habe mir gerade wieder das nicht ausgeschlagen ja die fackel halt abgebaut oder den block wo die fackel dran war ein Hund wow ja den darfst du nicht hauen sonst beiß er dich da hinten äumel hm das skelett kann sich nicht so richtig entscheiden zwischen aus dem Wasser raus brennen ja nein vielleicht wieso ist meine tür ausgebaut vielleicht war das ein gegner das machen die auf schwierig dann doch ganz gern ja wieso wird's tot was wär's tot scheletter servus ja irgendwie irgendwie ich schneide es dann einfach raus eigentlich überhaupt kein problem wie war der tatort okay jo naja dommy ich glaube aber auch dass jetzt dann nach der folge mache ich dann mal schluss ich glaube ich will dann mal ja schon irgendwie 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 glaube ich will ich dann ins bett ja oh 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 was machst du eigentlich so grad also wo wo bist du ich guck grad ob ich noch irgendwo runter kann um Rohstoffe zu sein ach so ja da bist du grad drin ja da komm ich grad wieder raus also ich baue auch echt nur stumpf irgendwie Steine ab weil ich halt für das Ding hier echt Steine brauche ja ich hätte zwei Steaks plus 44 ich weiß gar nicht ähm wie viel ich hab jetzt schon einiges gesammelt ich glaub das sollte jetzt erstmal wieder reichen für ein Stockwerk aber ich mach jetzt erstmal komm ist der Hund jetzt hinter mir ja gut ähm ich mach jetzt erstmal das Eisen was ich gefunden habe in den Ofen und ähm dann sag ich gute Nacht ja äh wo bist du soweit oder willst du noch irgendwie irgendwie hoch oder ne ich wünsche 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 du bist schon daheim okay na dann ja bis zum nächsten Mal sag ich mal ja adios adi das ist ja das ist ja das ist ja das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020